Ich denke, wir stehen mitten in dem digitalen Turn. Ich denke, wir erleben eine enorme Veränderung in der Hochschullandschaft und die digitalen Medien spielen da natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und sie spielen eine wesentliche Rolle in der Lehre, in der Art, wie wir Studium organisieren, wie wir Studium betreiben, wie wir lehren und lernen. Das hat sich maßgeblich heute schon verändert und ich bin sicher, wir werden hier in den nächsten Jahren noch vieles erleben. Wir haben viele Potenziale, was wir mit den digitalen Medien machen können und in verschiedenen Pilotprojekten, auch an meiner Universität, haben wir diese Themen vorangebracht, haben wir gezeigt, dass ein solches Studium mit den digitalen Medien tatsächlich ein anderes Lernen und vielfach ein besseres Lernen sein kann. Wir brauchen Strategien dafür, wir brauchen dafür Services, wir brauchen Support, Anreize. Das ist ein viel weitreichender Change-Prozess, als wir vielleicht früher gedacht haben. Aber ich glaube, die Hochschulen sollten sich auf diesem Weg bewegen, um für sich zu erkennen, welche Potenziale haben wir, was können wir damit erreichen für unsere Hochschulstrategie, was müssen wir tun auf diesem Weg. Und wie gesagt, wir sind mittendrin. vai näitern. see für ein bisschen zu bringen,